Hey Leute, schon als erstes zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Ja Freunde, wie ihr sehen könnt, spielen wir wieder Gangweasts. Und ja Freunde, für alle Gangweasts-Freunde von euch draußen, machen wir heute mal wieder ein Gangweasts-Video. Und ja Freunde, dieses Mal offline. Aber, wir machen... Ähm, Dings, ähm, äh, alleine mit, also ich möchte jetzt mal gegen Quarte, oh, nö. Harte, ja, ihn lieber. Oder? Luftschiff, nein. Werbetafel, zufällig. Rissen-Rad. Riesen-Rad. Gangwelle. Nein, nein, nein. Warte. Ja, lass Fleischwolf machen. Start. Wuii. Hatte immer so ne geile Musik. So, Welle, Fleischwolf. Diesmal sind wir nämlich alleine Freunde. Ah, hallo, ihr kleinen Muser. Ah, scheiße. So. Der Kleine sollte jetzt mal draußen sein. Hallo, no. Du wirst mich jetzt hier nicht immer unboxen. Ja, er ist tot. Shit. No. 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 Ja, Freunde. Reichen. Ah, Kampfgang. Genau, Freunde, weil ich wollte eine Gang machen, würde es eine andere Gang, Freunde. Ihr werdet schon gleich sehen, was das ist. Das macht richtig Bock, Freunde, weil der kämpft blau gegen rot. Okay, Ganglaster. Okay, ich hoffe jetzt nicht ein Spieler gegen... Oh, mein Gott. Okay, ich bin der blauen Gang und gegen die rote Kämpf. Wie es mir kämpft. Die rote Gang kämpft gegen sich einander. Hahaha, was für ein Noob. Oh, mein Gott, Freunde. Hilfe macht quasi übelst. Ah, Scheiße. Ich muss hier runter. Ich muss hier von dieser... Wow. Haha. Ich bin voll der Pro. Hi. Wow. Oh, mein Gott. Pass auf. Haha. Bro, das ist so ein Bro. Du musst kommen. Nein. Du darfst überleben. Nein. Okay. Jetzt beginnt der Kampf. Zwischen gut und böse. Ich bin natürlich für das blaue Team, Freunde. Jetzt beginnt der Kampf. Wuhu. Ähm. Unentschieden. Okay. Ist schon cool. Was? Sag jetzt nicht. Alle sind aus meiner Gang gegangen und bei der und die Regen auch. Bitte sag. Okay. Warte. Fuck. Stehe. Was? Nein. Ich hab voll den blöden Platz. Wow. Okay. Jetzt gibt's einen Gangkampf. Okay. Die wissen schon, was sie hier zu tun haben. Oh, Scheiße. Ich muss gegen vier Gr... Äh. Rote kämpfen. Ich alleine. Okay. Gegen drei. No. Ich bring mich mit dich um. Ich bring uns beide um. Alter. Was ist denn das für ein Noob? Okay. So. Plaug gewinnt. Ja. Er ist mal der Einzige, der noch überlebt hat. Am wenigsten. Wir haben uns einen Punkt gemacht. Ich hab mich geopfert. Er hat überlebt. Oh, yes. Also zwei müssen gestorben sein. Dann nochmal zwei. Okay. Oh, mein Gott. Nein, nein, nein. Nicht diese Fliegenmap. Ich mag die gar nicht. Und erst wechselt sich bei der Gang. Ich bin ein bisschen am chillen. Scheiße. Und wenn ich mir sagen könnte. Ihr müsst Pettikus eingeben. Dann findet ihr mich, Freunde. Auf PS4. Dann könnt ihr gern auch mal mit mir, Freunde, ein Video aufnehmen. Geh, Freunde. Also nur, wenn ihr Bescheid wisst. Ihr müsst nicht, aber könnt, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch mal vielleicht in einer Party mit mir so reden. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt, wenn ihr wollt. Schaut, wie ich das auf den Wunderung schleife. Ja! Einer von den Roten ist gestorben. Das ist so ein Noob. Ich bringe uns beide jetzt um. Komm. Wir müssen beide in den Tod. Ja! Blau gewinnt. Ein Punkt. Gut, Freunde. Hey! Irgendwie bin ich ja immer der Kluge. Die machen nichts. Aber ich muss sie immer alle killen, Freunde. Ja, genau so ist das, ey. Okay, ich hab'n Klasse in der Mitte. Ich bleib' an Schillen. Soll ich den Einplan umbringen? Ah! Oh, oh! Achtung, meine Güte, Freunde. Ja, zieh mich hoch. Ah! Genau. Und runter! Oh, scheiße. Hilf' ihn! Ja! Mir gewinnen! Ja! Freunde, wir haben gewonnen! Genau, so soll das aussehen. Ich schwöre, es ist auf jeden Fall nicht auch richtig gut. Also, Freunde, da waren wir natürlich die Gewinner. Wir sind nämlich das Gewinner. Die beste Army auf ganz YouTube. Äh, warte, nee. Ich brauche nur ein anderer Skin. Ja. Nee. Ich will da nichts. Okay. Dann müssen wir starten. Okay, Freunde. So. Jetzt freu' ich mich schon. Zwei bis zwei. Eins bis eins. Also, ich mag nicht eins bis eins. Mindestens zwei bis zwei. Wenn du gerade schon acht wirst, ist es tausend. Nee, acht wirst es acht. Finde ich auch gut. Das würde ich auch gut finden. Ja, braucht ein bisschen heute zu laden, Freunde. Oh mein Gott, Freunde. Ey, wir könnten mir auch gerne mal wieder in die Kommentare schreiben, ob ihr mal wieder einen Livestream wollt. Ja, Freunde. Oh mein Gott. Was? Welle? Ich hab doch gar nicht gedruckt auf Welle. Okay, Welle ist aber nicht schlecht. Oh no, 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 no. Das Baby, das nervt. Ich brauch sofort die Polizei. No. Mein Freund hat mich beschützt. Da muss ich ihn beschützen. Kill. Ich bringe uns beide in den Tod. Ich komme nämlich eh wieder zum Leben. Hey, oh, oh. Ähm. Ha. Lass meinen Freund in Ruhe. Okay, Freunde. Wir können uns natürlich zu zweit für ihn opfern. Aber ich glaub nicht, dass das so taktisch klug ist. Bam. Drei versus einen. Ha, ha. Okay. Drei versus... Vier versus drei. Ich bringe uns jetzt beide in den Tod. So. So sieht das hier aus. Wir gucken alle zu. Hm. Ja. Wartet, Freunde. Es war schon wieder besser. Außer sie noch fleißig gestellt. Tö, tö, tö. Tö, tö. Gut, Freunde. Hallo. Wollen wir Freunde sein? Hey. Ich helfe dir hoch. Ich helfe dir hoch. Ich muss ihnen hochhelfen. Moin. Einfach mal wieder ein böser Mensch. Ich kümmere mich um den kleinen Babyfratz. Haha. Schon runtergeworfen. Was? Er hat sich gerade selbst gekillt. Was für ein Noob. Was für ein Noob kann man nur sein? Hat er sich gerade selbst getötet? Ja, hat er. Oh, oh. Ich hab dich hier schon mal gesehen. Und jetzt ist deine Strafe der Tod. Ah, geh runter. Oh, ich bin umnächtig. Bitte nein, nein, nein. Wirf dich nicht runter. Fett. Oh. Oh. Ja. Ja. Ich hab ihn. Er verdankt mir gerade sein Leben. Oh, oh. Zwei versus zwei. Nein, hilf ihn doch. Was für ein Noob. Du bist so ein Noob. Du schaffst das nicht mehr. Alleine gegen so ein Riesen kann man nicht schaffen. Freunde müssen nach Boden, oder? Wir haben zwar noch eine Chance. Nein. Oh. Oh, bitte gewinn. Du musst es jetzt gewinnen. Und zahl mir keine Chance. Bitte, bitte, bitte. Du musst es gewinnen. Du wirst. Ja. Ja. Er hat gewonnen. Pro. Du bist ein Pro, Junge. Bist ein Pro. Ja. Pro. What the fuck. Jetzt zwei Riesen. Ich helfe dir, mein Freund. Ha. Klasse. Nicht so, dass du besiegt wirst von denen. Ich werde mich in Tod ziehen für den beiden. Für beide muss ich mich in Tod ziehen. Okay, einen hab ich gekillt. Ich muss mich doch nicht in Tod ziehen. Oh, oh. No. Ha. Wir sind die Bros aller Bros, Freunde. Hey. Die schaffen das doch. Irgend so ein Mini. Oh. Ich hab was falsches gesagt. Wir sind doch keine Freunde. Du wirst mich nicht umbringen. Okay. Warte. Nochmal noch Freund, noch Freund. Ich mach jetzt mal einen Freund. Mal gucken, was er macht. Ich hätte gedacht, ich will mich nur killen. Scheiße. Musst du doch mit dem Riesen aufnehmen. Da helfe ich dir. No. Ich komme zu spät. Lass ihn. In Ruhe. Kleine Erbse. Hallo, und er hilft uns ja nicht mal, Freunde. Und er, das kleine Kind, will mich runterziehen. Du bist gleich in der Lade geschmissen. Kleines Ding. Ja. Es ist unten. Harte, ich muss mich mit dem aufnehmen. Ja, er hat es. Wir haben ihn einer in den Rücken geworfen. Ich hoffe, das hat Schwieg getan. Er hätte es prinzipiell verdient. Also. Von. Rede. Er ist jetzt tot. Ja. Wuhu. Wir haben es geschafft. Freunde, machen wir noch eine Runde. Ich würde schon sagen. Ja. Komm, dass noch eine Runde. Wir machen, Freunde. So. Ich nehme es nur noch mal. Ein Schluck Flaschi. Und, Freunde. Ich habe auch einen Computer. Und da können wir auch mal ein paar Videos aufnehmen. Da habe ich sehr, sehr viele Spiele, Freunde. Dann können wir ja richtig viele neue Projekte starten, Freunde. Also nur, das würde vielleicht passieren, aber vielleicht auch nicht, Freunde. Auch gar nicht die U-Bahn. Ich hasse die U-Bahn. Ich muss nur noch ein Schluck auf Flaschi nehmen. Nein. Ich will doch nicht. Tschüss. Hallo, das ist ein Spieler. Der muss mir helfen. Na. Oh, Freunde, hilf mir. Hey, wo bin ich da? Ja! Nein! Ah, scheiße! Ich bin unnächtig. Können mich bitte alle wieder von der Unnächtigkeit befreien? Fuh' ihn doch. So, jetzt nehmen wir dich und schmeißen dich da runter. Oder ich kille uns beide wieder in den Tod. Mach es! Nein, das war die falsche Zeit. Ja! Ich bin ein Hacker. Ah! Scheiße, da kommt ein Schüler, der einzigen... Oh, no, 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 no! Danke, dass ihr mich behilft. Ah! No! Wow, wow, wow! Ja... Ich bahse auf, dass die nicht mehr hochkommen. Ja, da wurden viele mitgenommen. Welle 3. Ich helfe der Bruder, hochzukommen. Ja! Ich habe ihm geholfen. Mut und selbst gestorben. Ich bin schon leider gestorben, Freunde. Zwei bis es drei riesen. Oh no. Hätten wir nur noch ein paar aus der Welle 3 auf unserer Seite. Das wäre cool, oder, Freunde? Solche, diese Welle 3 auf unserer Seite zu haben. Das wäre cool, Freunde. Also ein paar von der Welle 3. Oh, wer wird das gewinnen, das Ding hier? Ja, ich bin für alle aus an der Welle 4. Welle 4, du bist am Boden, du Welle. Scheiße. Ja. Gut. Ja, ja, nein. Nein. Unser Freund ist tot. Nein. Du musst nur hochkommen. Bitte. Ja. Jetzt ist noch unsere Rettung, Freunde. Jetzt ist unsere Rettung. Eins versus eins. Ja. Du Noob. Okay, Noob ist ja nicht. Aber bitte, du musst es schaffen. Es gibt keine andere Wahl. Du musst es schaffen. Ja. Das wollte ich. Okay, wir haben es geschafft. Gut, Freunde. Ich würde schon sagen, dass das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es soll euch gefallen. Liken, abonnieren und Glocken aktivieren. Tschüssi. Tschüssi.